In diesem Video erklären wir den Ablauf zum Anlegen, Editieren und Löschen eines Lauftexts über das Live-Spotting-Control-Center. Unsere Web-Oberflächen sind in ständiger Entwicklung. Falls die Benutzeroberfläche sich bei Ihnen geändert haben sollte, ist das kein Problem. Der grundsätzliche Ablauf hat sich nicht geändert. In der Videobeschreibung und den Untertiteln finden Sie den Ablauf noch einmal im Detail erklärt. Beachten Sie, dass es bis zu 30 Minuten dauern kann, bevor die Änderungen nach dem Speichern angezeigt werden. Schritt 1. Lauftext eintragen Nachdem Sie sich mit Ihren Zugangsdaten im Control-Center angemeldet haben, wechseln Sie über die Hauptnavigation, Webseite und klicken auf das Zahnrad-Symbol in die Player-Einstellung. Wechseln Sie auf den Reiter Einstellungen und tragen Sie Ihren Text in das Textfeld Lauftext ein. Hinweise zur Formatierung finden Sie in der Video-Information. Danach speichern Sie. Schritt 2. Lauftext anpassen Wenn Sie Ihren Ticker-Text editieren möchten, navigieren Sie zu den Player-Einstellungen zurück und passen den Text im Textfeld an und speichern. Schritt 3. Lauftext löschen Um den Text zu deaktivieren, navigieren Sie zu dem Textfeld des Ticker und löschen den Text vollständig. Danach speichern. Sollten Sie Fragen haben, schreiben Sie uns über unser Helpdesk, support-at-livespotting.com oder in den Videokommentaren. Wir bieten kostenlose Einführungen an, damit Ihre Mitarbeiter sich zurechtfinden. Wenn dieses Video eine Hilfe war, hinterlassen Sie uns einen Daumen nach oben oder ein Abo. Dann freuen wir uns. Bis zum nächsten Mal.